Die Benefizveranstaltung Kicken mit Herz hat am Sonntag zum 15. Mal stattgefunden. Das traditionelle Fußballspiel von Promis gegen Ärzte aus dem UKE soll Geld für herzkranke Kinder einbringen. Volle Konzentration, rein in die Menge und dann der Supersprint. Elton war einer von vielen Promis, die am Sonntag bei Kicken mit Herz auf dem Spielfeld standen. Inzwischen kennen mich ja tatsächlich viele. Früher war ich noch so ein bisschen im Überraschungseffekt, weil viele nicht denken oder nicht wissen, dass ich relativ schnell bin für mein Körpergewicht. Inzwischen wissen die das aber alle und da wird es immer schwieriger, sich irgendwie durchzusetzen oder nochmal ein Tor zu schießen. Tore gab es dafür trotzdem genug. Mit 9 zu 8 konnten die Hamburg Allstars das Spiel für sich entscheiden. Schon im Vorfeld kamen manche mit gesundem Selbstbewusstsein auf den Platz, andere mit Respekt vor dem Spiel. Aber eins waren sie alle hochmotiviert. Also Genialität kann man nicht trainieren. Das ist einfach so und die habe ich in mir drin. Und ansonsten hoffe ich wie immer, wie jedes Jahr, auf die Inkompetenz der Gegner. Ich bin jetzt schon komplett verschwitzt und außer Puste. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Minuten ich schaffe, aber ich freue mich trotzdem heute für einen guten Zweck hier, ein bisschen mich zum Affen zu machen. Ich ärgere mich immer nach 10 Minuten, dass ich untrainiert bin und merke dann, wie alt ich geworden bin. Und man denkt das auf dem Spielfeld nicht. Man denkt immer noch, man ist 19, der Mensch vergisst, dass er altert. Ich habe die Ärzte eben gesehen, die sind fit. Aber ich glaube, wir sind fitter. Ich selber nicht. Ich habe mir irgendwie den Magen ein bisschen verdorben. Aber ich werde alles geben, um die Mannschaft anzufeuern und von der Seitenlinie. Yeah! Ich freue mich sehr, dass auch der Publikum hier in Hamburg kauft, seine Tickets, Spende und unterstützt. Weil die helfen wirklich vielen, vielen Kindern. Und deshalb bin ich da. Es ist eine große Ehre, hier dabei zu sein. Großer Spaß und mir wirklich extrem wichtig. Es spielt parallel der HSV und ich bin großer HSV-Fan und gucke eigentlich immer gerne. Aber das Spiel hier heute finde ich noch wichtiger. Und wie auch beim HSV war das Spiel ausverkauft. 5000 Gäste haben den Promis und den Ärzten beim Kicken zugesehen und mitgefiebert. Und genauso wie die Tore schnellten auch die Spenden in die Höhe. Nicht nur volles Haus gehabt, sondern eine Rekord-Spendensumme, 195.000 für die Versorgung herzkranker Kinder in Hamburg. Das geht nur in einer Stadt wie dieser. Danke, Hamburg. Mehr bleibt nach so einem Erfolg gar nicht zu sagen. Außer vielleicht... Bumscheid spiel! Bumscheid spiel! Bumscheid spiel!